Wir sind noch nicht so lange zusammen, also es sind natürlich immer noch Dinge, die vorkommen, wo wir die Spieler kennenlernen. Es ist natürlich so, dass Dieng ein sehr wichtiger Spieler ist für uns. Aber wir haben auch eine große Skada und wir haben andere Spieler, die vielleicht nicht gleich spielen, aber die seine Spielweise auch wegmachen können. Wir haben eine große Spielzeit, wir haben eine sehr große Spielzeit, es ist sehr wichtig. Es ist möglich, dass wir mit Abouş-Koral Zeyu spielen, aber wenn wir mit Abouş-Koral Zeyu machen, können wir mit Abouş-Koral Zeyu machen. Aber wenn wir mit Abouş-Koral Zeyu machen, können wir mit Abouş-Koral Zeyu machen. Ja, es ist natürlich wichtig, das Vertrauen der Mannschaft zu holen. Dass wir unsere Spielweise so installieren, dass wir stark sind, dass wir gut sind, dass wir als Trainerteam auch die Fähigkeiten der Spieler kennenlernen. Und dann weiß ich natürlich auch, dass es wichtig ist, gut zu spielen, aber noch viel wichtiger ist, die Spiele zu gewinnen. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass wir mit Abouş-Koral Zeyu machen und mit Abouş-Koral Zeyu machen. Und wenn das beides zusammenpasst, also wenn man gut spielt und spielen gewinnen kann, dann sind die Fans grundsätzlich zufrieden. Und wenn wir mit Abouş-Koral Zeyu machen, dass wir mit Abouş-Koral Zeyu machen wollen, dann sind die Fans grundsätzlich zufrieden. Und alle Trainer wollen eigentlich, dass das so passiert. Und alle Mitarbeiter in der Welt wollen das. Und wir müssen zwar spielen, und ich habe gesagt, das ist ein starker Gegner. Wir selber sind auch stark. Und darum denke ich, dass das morgen ein intensives Spiel geben wird. Und deswegen wird Bukhra ein starker Gegner und anief. Was ist das für Verpflichtungen an den Transfer? Ja. Was hat das mit dem Spiel zu tun? Ja, ja. Verpflichtungen, das war in dem Sinne einfach die Zeit auch zu kurz. Wir müssen zuerst die Mannschaft kennenlernen. Wir müssen jetzt auch sagen, okay, wo brauchen wir noch Materialien? Also wo brauchen wir noch Spielermaterial? Was ist wichtig? Ja. Es bringt nichts, irgendwie spielen zu verpflichten, die dann nicht in diese Philosophie passen. Und darum haben wir das noch weglassen. Ich sage, dass wir ein bisschen, dass wir ein paar Jahre lang machen können. Also die eine Frage ist klar, wenn man natürlich länger mit der Mannschaft, mit dem Spiel zusammenarbeitet, dann lernt man sie kennen. Und ich denke auch, dass wir schon gewisse Dinge, gewisse Abläufe kennen und dass das auch schon sehr gut passt. Aber es ist noch nicht so weit, dass wir sagen, okay, dass es schon 100 Prozent alles korrekt abläuft. Ich denke, dass man das nicht aussuchen kann. Also der Spielplan sagt das zu. Ich versuche sowieso jedes Mal von Spiel zu Spiel zu denken. Also ich habe das eben, Samalek habe ich bei der Vertragsverhandlung schon gehört. Und ich habe dann eigentlich auch gleich gesagt, okay, für mich ist es wichtig, von Spiel zu Spiel zu gehen. Also nicht schon jetzt an diesen Supergab zu denken, sondern wirklich eben jedes Spiel einzeln zu nehmen und versuchen da so schnell wie möglich die Spieler und die Mannschaft kennenzulernen. Ich denke, denn der Werbe scheint nicht nur den Matzsch zu erinneren, ich bin der Mannschaft. Das war's schon gar nicht mehr. Ich habe die Worte mit dem Matzschkauzen, die ich mit dem Matzschkauzen habe. Also ich habe der Mannschaft ein, die sagt ihm ein Matzschkauzen zu erinneren, ist es nicht klar, wenn er mit dem Matzschkauzen auf dem Matzschkauzen ist, der Matzschkauzen ist ja auch. Das Matzschkauzt hat das wieder einmal gemacht. Ich habe das noch nicht gesagt, das Matzschkauzen auf der Matzschkauzen, aber das Pferde�kauzen hat mir jetzt auch ein Matzschkauzen, Ich habe das Matzschkauzen. Ich habe den Befzerl im Gegenüber. Ich habe den Befzerl im Gegenüber.